Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Heute einmal völlig unrasiert, das ist die ungeschminkte Wahrheit. Ich würde gerne sagen, ich habe keinen Rasierschaum mehr bekommen, aber das wäre leider gelogen. Wir machen heute noch einen Last Minute Osterzopf. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber vor zwei Tagen habe ich euch gezeigt, wie man Hefe selber vermehren kann und in diesem Video möchte ich euch gerne noch zeigen, wie ihr mit genau dieser Hefe einen wunderbaren Hefezopf backen könnt. Ihr braucht dafür ein bisschen mehr Zeit. Ich mache den einen Tag vorher mit einem Vorteig. Wer aber noch Hefe zu Hause hat, der kann auch mein altes Osterzopfrezept natürlich nehmen, meinen Hefezopf. Den blende ich euch hier oben ein. Der geht deutlich schneller, ist auch super lecker. Aber dieses Rezept speziell braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit, aber das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. So, wir machen unseren Hefezopf jetzt mit der vermehrten Hefe, die ich in dem vorherigen Video schon gezeigt habe. Das geht ganz einfach. Die habe ich jetzt, einen habe ich schon verwendet, die habe ich jetzt direkt aus dem Tiefkühler. Tiefgefroren gebe ich die jetzt einfach hier rein mit 100 Milliliter warmem Wasser. Das sollte nicht mehr als 40 Grad haben. Das kühlt zwar direkt trotzdem runter durch den Eiswürfel jetzt natürlich, aber das macht auch nichts, denn der Teig geht über Nacht und hat so genug Zeit zu gehen. Ich habe auf meinem Kanal auch noch ein Heferezept ohne Vorteig. Das blende ich euch oben ein, ganz normal mit frischer Hefe, wenn ihr die zu Hause habt. Dieses Rezept mit Vorteig könnt ihr aber natürlich trotzdem aufbacken, wenn ihr Frischhefe zu Hause habt oder Trockenhefe. Dann nehmt ihr für den Vorteig hier einfach eine ganz kleine Menge, etwa eine erbsengroße Menge, also so 0,5 Gramm. Mehr braucht ihr da gar nicht. Das Ganze lösen wir dann erstmal auf. Das geht relativ schnell, dauert ein paar Minuten höchstens. So, wenn sich der Würfel aufgelöst hat, dann gebe ich 100 Gramm Weizenmehl. Typ 550 in dem Fall dazu. 405er geht aber auch. Dann verrühren wir das Ganze nur. So, und diesen Vorteig lassen wir jetzt abgedeckt. Einfach bei Zimmertemperatur. Stellt ihn nicht zu warm, denn sonst könnte er zu schnell gehen. Also wirklich einfach im Zimmer, in der Küche stehen lassen. Ungefähr 8 Stunden. Wie gesagt, bei mir ist jetzt hier gerade halb 11. Und morgen früh werde ich mir anschauen, wie das Ganze aussieht. Ich nehme hier übrigens bewusst keine Milch für den Vorteig. Denn dadurch, dass ich den Teig die ganze Nacht bei Zimmertemperatur gehen lasse, ist mir das mit der Milch ein bisschen zu heikel. Für den Hauptteig später nehmen wir dann aber wieder Milch. Das ist unser Vorteig, den ich gestern Abend angesetzt habe. Der war jetzt knapp 10 Stunden einfach draußen bei Zimmertemperatur. Das ist sehr schön aufgegangen. An weiteren Zutaten brauchen wir dann noch 70 Gramm Butter. Dann habe ich hier 4 Gramm Salz. Einen Esslöffel Vanillezucker. Einen weiteren Würfel von unserer selbst gebastelten Hefe. 70 Gramm Zucker. Ein Ei, das ist optional, könnte man auch weglassen. 400 Gramm Mehl. Und 150 Gramm oder Milliliter Milch. Ein bisschen Zitronenabrieb würde ich auch noch empfehlen. Wir machen uns jetzt noch einen zweiten kleinen Vorteig. Das geht ganz einfach. Davon nehme ich mir ein kleines bisschen von der Milch weg. Hier von unserem Zucker. So einen guten Teelöffel etwa. Einen Esslöffel. Von, sagen wir mal, zwei Esslöffel von dem Mehl. Das verrühren wir einfach. Das ist einfach nur da, dass wir diese Hefe auch nochmal schnell ein bisschen aktivieren. Denn wir brauchen hier wirklich aktive Hefe, denn der Teig ist relativ schwer durch den Bund. Die Butter und auch die Zucker. Den Zucker. Das Ganze lasse ich jetzt abgedeckt auch nochmal so lange stehen, bis das Ganze schön blubbert. Am besten schön warm stellen. 25 bis 28 Grad. Und dann geht's weiter. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Meine beiden Vorteile sind soweit. Den hatte ich jetzt zwei Stunden am Gehen. Die gebe ich jetzt zusammen schon mal. So, wie ihr seht, die Hefe hat sich wunderbar vermehrt. Da kann ich auch gleich meine Milch mit reingeben. Die Milch hat jetzt nur Zimmertemperatur, die habe ich nicht extra warm gemacht. So, dann habe ich hier mein Mehl. Mein Zucker. Salz. Vanillezucker. Das vermischen wir jetzt alles zusammen. So, das gebe ich in meine Rührschüssel. Könnt ihr natürlich wie immer auch von Hand kneten. Das ist gar kein Problem. So, das geben wir dann auch dazu. Unsere Vorteile und die Milch. So, dann noch das Ei dazu. Ein wenig Zitronenabrieb. Solltet ihr natürlich immer waschen, auch wenn das eine Bio-Zitrone ist, heißt das natürlich nicht, dass man die dann nicht mehr wäscht. So, ich nehme jetzt hier so ein Viertel bis halbe abgeregene Zitrone. Wichtig, dass ihr wirklich nur das Gelbe abreibt und nicht das Weiße, denn damit es bitter. So, die Butter gebe ich ein klein bisschen später. So, das Ganze knete ich jetzt erstmal drei Minuten auf Stufe 1 und dann nochmal so sieben bis acht Minuten auf Stufe 2. So, nach zehn Minuten hat sich der Teig wunderbar von der Schüssel gelöst. Jetzt kneten wir nur noch die Butter rein. Das machen wir aber nicht auf einmal, sondern so in zwei, drei Gängen. Die Butter habe ich jetzt auf Zimmertemperatur kommen lassen. So, ich habe jetzt kurz den Teig noch von Hand geknetet und die Butter eingearbeitet, weil das in der Knetmaschine sich dann manchmal einfach nur im Kreis dreht, wenn man Butter nachträglich rein macht. Dann geht das mit der Hand manchmal schneller und der Teig ist bombastisch geworden, also wirklich super elastisch. Klebt auch nicht mal in den Händen. Das ist das Zeichen, dass er auch gut geknetet ist, wenn da nichts mehr dran klebt. So, den müssen wir jetzt nur noch gehen lassen. Den lassen wir jetzt erst nochmal gehen, bis er sich ungefähr verdoppelt. Kann zwei Stunden dauern, kann auch länger dauern. Je nach Temperatur. Also ich lasse den jetzt nicht zu warm stehen, einfach Zimmertemperatur. Ich habe hier nochmal eine saubere Schüssel. Ihr könnt den natürlich in eurer Knetschüssel auch machen. Den decken wir jetzt nochmal ab mit dem Deckel oder mit einer Folie und lassen den nochmal gehen, bis er sich ungefähr verdoppelt. So, der Teig hat sich jetzt gut verdoppelt. Richtig schön von der Konsistenz her. Perfekt. So, jetzt müssen wir den formen. Dafür gebe ich den jetzt erstmal auf meine Arbeitsfläche. Kleines bisschen Mehl obendrauf auch. Die Konsistenz ist wirklich perfekt. Also schon sehr gut, diese Teige mit langer Teigführung und sehr wenig Hilfe. So, ich teile den jetzt Pi mal Daumen einfach in der Hälfte durch. Zwei Zöpfe. So, wiegen wir mal den einen her. 500 Gramm. Das Teig mal grob in zwei. 2,50. Perfekt. Den formen wir einfach mal ganz kurz in ein Paket. Lassen wir den nochmal kurz ruhen. Das gleiche hier. Einmal in die Mitte. Einmal so. Den hier formen wir in drei Stränge. So, die Stränge rollen wir jetzt aus. Verklappen wir das einfach mal in die Mitte. Das ist so ähnlich wie bei meinem Baguette. Bei meinem Baguette-Rezept. Dadurch gehen die nachher auch besser auf, wenn man die so ausrollt. So, ich schätze mal so grob 40, 50 Zentimeter werden das sein. Wir brauchen hier so gut wie kein Mehl, wirklich ganz wenig. Das, dieses Einrollen auf diese Art hier, dient dazu, Spannung auf die Außenhaut zu bekommen. So, und dann klappen wir das nochmal ein. Und hier diese Naht, pressen wir richtig mit dem Handbein zusammen. Dann steht hier so eine Naht. Und dann rollen wir das Ganze. So, dieses Zweistrangflechten ist ein bisschen verwirrend. Ich erkläre das aber auch in meinem anderen Hefeteig-Video nochmal. Ich finde, das Ergebnis ist schöner, aber man muss es natürlich nicht so machen. So, dann legen wir einfach in einem Kreuz übereinander. Dann nehmen wir die unteren Enden und legen die einmal kreuzlich viel rüber einfach. Das Gleiche machen wir so. Das habe ich selber falsch gemacht. Da, so. Ah ja, okay. So. Und so brauchen wir das dann einfach auf. So, am Ende einmal kurz richtig schön zusammendrücken. Und dann sieht das Ganze so aus. So, dann pressen wir die hier an einer Seite. Wichtig ist, dass ihr dann nicht mehr zieht. Äh, die, die Stränge zieht beim Flechten. Sondern sie einfach wirklich nur übereinander legt. Denn sonst, äh, werden die an einer Stelle immer dünner. So. Ich glaube, das hat vielleicht wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Einen kleinen Zopf geflochten. Einfach immer einen über den anderen. Wirklich nur legen, wie ihr hier seht. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Auch hier den Enden wieder zusammendrücken. Und dann wandert der auch auf ein Blech. So, die lassen wir jetzt so nochmal. Abgedeckt mit einer Folie am besten. So, dass das nicht anklebt. Also schaut, dass ihr hier vielleicht was drunter legt. Dass das nicht direkt rankommt. Könnt auch ein feuchtes Tuch nehmen. Geht auch. 45 Minuten bis eine Stunde gehen. Sollte sich nochmal ungefähr verdoppeln. So, wenn euer Hefezopf schön aufgegangen ist. Hat bei mir jetzt eine Dreiviertelstunde gedauert. Dann bepinsel ich hier noch mit einer Ei-Milchmischung. Ich habe hier ein ganzes Ei. Mit einem Schuss Milch. Am besten mit dem Pürierstab aufmixen. Dann habt ihr eine schöne homogene Masse. Das ist deutlich besser als nur mit der Gabel. Notfalls geht aber auch mit der Gabel. Und dann streichen wir das Ganze noch schön ein. Das gibt dem Ganzen dann nachher nämlich den Glanz. Ops, nicht zu viel, dass ihr das nicht auf der Seite habt. So wie ich. Oder auf dem Blech habt zu viel. So, dann sollte der Ofen vorgeheizt sein. Also mindestens mal 20 Minuten bis halbe Stunde Feuer einschalten. 180 Grad unter Oberhitze. Ich stelle mir im Boden noch ein Blech oder eine Pfanne. Eine Feuerfeste, in die ich dann so eine kleine Tasse heißes Wasser schütten kann. Also wirklich nur ein kleines bisschen Wasser. Dass der so am Anfang ein kleines bisschen Dampf bekommt. Dann geht der nämlich auch besser auf, ohne einzureißen. Und bleibt schön saftig. Sollte etwa 25 Minuten, 30 Minuten dauern, schätze ich. Schaut immer wieder mal rein. Wenn der euch zu dunkel wird, dreht einfach die Temperatur runter. Einschieben tue ich ihn auf mittlerer Schiene. So, und dann geht's los. So sieht das Ganze bei mir von innen aus. Hier in diese Pfanne schütte ich gleich einfach ein kleines bisschen heißes Wasser. Wirklich nur so eine halbe Tasse. Dann habe ich schönen Dampf hier im Ofen. So sieht der Osterzopf nach 30 Minuten aus. Wunderschön aufgegangen. Schön goldgelb geworden. Ich lasse ihn immer auf so einem Gitter auskühlen. Ihr könnt ihn noch mit einem Tuch abdecken am Anfang. Dass er so ein bisschen Dampf tatsächlich noch bekommt. Dass er schön saftig bleibt noch. Und dann lasst ihn erstmal abkühlen, bevor ihr ihn anschneidet. So, schneiden wir das Ganze jetzt mal an. Es ist noch ein bisschen heiß. Ich konnte jetzt leider nicht warten, bis er abgekühlt ist. Aber ist okay. Essen. Essen. Nila, magst du den Osterzopf? Essen ist das Osterzopf? Osterzopf. Lecker Osterzopf. Lecker, dein? Osterzopf. So, meine größte Kritikerin probiert das jetzt. Hm. Sehr lecker. Lecker. Hm, sehr gut. Ah, der Zopf ist wirklich super saftig geworden. Und diese Backen mit wenig Hefe über lange Zeit gibt doch wirklich einen tollen Geschmack. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Sehr, sehr lecker. Wir haben jetzt eigentlich auch schon den halben Zopf in fünf Minuten weggegessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Fall freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann verpasst ihr auch keines meiner Videos mehr. Und dann hoffe ich, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, vor Ostern. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020